So, und wir sind wieder zurück. Ich habe die Tastatur diesmal abgegeben, das heißt, ich kann mich besser darauf konzentrieren, äh, Scheiße zu labern. Geh erstmal nach unten. Ich werde noch rechts wieder. Arschloch. Uuuh, 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 ist mir schlecht. Oh, verdammt. Alter. Mal sehen, wo das rein. Ich geh kalt. Alter. Ui. Danke für die Info. Ja, wieder zurück zum Anfang. Guter Weg, Magic. Jetzt geh mal nach oben. Oh. Was ist das Rote? Äh, auch ein normales Fell. Okay. Ui. Ich geh nach oben erstmal. Doch. Jetzt sprech mal die Statue an. Was macht die Stadt? Sonntag. Ein Schalter, soll ich ihn betrinkt? Ja, immer doch. Schalter mal drücken. Der hat es nicht getan. Jetzt muss ich Benes-Patt übernehmen, weil er nicht da ist. Aber er ist schlecht. Äh, aber auch cool. Oh, jetzt ist der nach oben. Ui. Ja, das macht auch. Jetzt ist die Kurve da kürzer. Aber geil, ey. Ein Glück haben wir das gemacht. Scheiße. Ja, dafür wird ich groß. Oh, das kennt man ja irgendwie, oder? Auch nicht. Ein Schalter. So, liebe D-Ding. Ach, das ist jetzt nicht jedes Mal vor euch. Trinkt was. Oh, toll. Ich esse was. Ich mach das. Voll asozial hier. Ja, benutzt mal den Schalter. Und jetzt den da, ja. Ja, komm. Gib. Jawoll. Sehr schön, sehr schön. Ah, ja. Das kennt dann Schnappart. Ach, geht. Jetzt musst du den wieder. Den da oben nochmal. Das ändert sich denn, wenn man den macht? Gar nichts. Nee, hier. Auf jeden Fall nicht hier. Ah, da, der Durchgang. Jetzt wieder die da. Was anderes bleibt ja nicht hier. Ähm, doch. Es bleibt noch ganz rechts, die Statue jetzt. Soll ich hier? Die daneben. Die hatten wir, glaub ich, noch nicht. Oh, ein Eindringling. Wenn ich dich stoppe, gibt es eine fette Belohnung vom Vorstand. Bene, Platz. Mach die Tür zu. Sitz. Und lest deinen Text. Sag mal, bist du irgendwie einer mit diesen Arschkriechen? Wer kriecht hier? Wer kriecht, kann nicht schäupern. Okay, er ist ein Arschkriecher, interessant. Er kriecht gerne in den Arschkriechen. Schick einen Mauzi. Wow, yeah. Das ist der Kinderschöner Mauzi. Soll ich mal. Der Morgenmantel. Genau, der macht mal den Mantel auf. Soll ich, äh, oh, scheiße, schreckst du. Egal. Der Trenchcoat ist nass. Ja, scheiße, der Trenchcoat ist nass. Was macht der jetzt? Jetzt kann er durchschauen. Ach du scheiße. Aber das ist einer von denen. Du hast hier ganz der Bäume. Ich weiß ja, dass wir Aquacare einsetzen. So wie diese geile Badematte irgendwie. Wenn da Wasser draufkommt, färbt es sich rot. Wenn dann da irgendeine Wassertropfen drauf, Tropfen sieht es aus, als würde da überall Blut drauf sein. Sieht voll geil aus. Du hast auch die ganze Zeit Blubber gegen Asuka eingesetzt und dann war sie auch nass. Ja, wet T-Shirt hatten sie. Ach, die können nix. Ne, die können wohl nix. Gibt es auch noch was? Eine Wand. Hallo, Mann, hallo. Hallo. Ne, den Schalter will ich nicht. Ja, klar. Lieber nicht. Was, hast du nein gemacht? Ja. Oh Gott. Er hätte es nicht getan. Geh erst mal auf den Schein. Ja, das ist sehr gut. Wui. Äh, Cracken. Oh, wui. Wui. Äh, dieser Schalter? Was? Prennert rote und gelbe Felder. Luxor. Pff, aus Spaß einfach. Ich bedrückte mich gerne Schalter. So sieht es aus. Oh, wieder am Anfang. War das geil. Äh, nach rechts an. Ne, Magi 2, das ist Magi 2 Mainstream. Nach rechts gehen. Nach rechts. Ui. Äh, nach rechts. Rechts. Sollte es sagen. Dieser Schalter auf blau, gelbe klar. Uh, äh, boah. Nach links. Geh nach links. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Schön, nein. Muss ich einfach. Wui. Ja, sing ich dir. Toll. Ich hab so dieses Level. Ich find's wirklich kürzlich. Nach rechts. Nach rechts und nach unten. Ja, genau, nimm den mal. Boah, Hammer, geil, ey. Jawoll. Ey, lieber, ich geh aber nur nach rechts. Ja. Wieso rechts? Nach rechts. Wui. Ja, so. Und jetzt wieder nach rechts. Nach rechts, Magi, Taschkollinger. Ja, immer nach rechts, hat Colin gesagt. Geh nach rechts, Magi, ja, sehr gut. So, und jetzt Colin. Endlos, guck mal, es wieder ein Tag. Ne, Schalte. Ja, ist hier so oder so blöd. Drück hier nochmal den Schalter. Also, ja, keine Ahnung. Ja, dass der Schalter erst das Ganze unmöglich macht oder so. Ja, und wegen die Passes man immer den Schalter drückt, das hat das, glaube ich, alles verbaut. Ach, nee, muss ich ja nach rechts. Dem ersten, meint ich. Drück nochmal den Schalter. Oh, das ist jetzt wegen... Ja, ich komme jetzt aus. Ja, der ist auch geklaut, vielleicht. Aber... John? Vielleicht nach oben? Ne, nach oben, da landest du unten. Ja, ich glaube überall... Probier mal oben. Rechts himmst du auch nicht weiter. Bitte? Nein. Hab ich doch gesagt, da landest du wieder unten. Der andere Schalter muss man auch nochmal gedrückt werden. Also, kann sein. Komm mal direkt nach unten. Ja, komm mal direkt nach unten. Oh Mann, das ist zu kompliziert. Nein, geht ja. Ja. Ganz rechts. Ganz unten rechts nimm den mal. Ja, und dann da nochmal den Schalter drücken. Oh, kann man. Was hat sich nichts getan? Rot und gelbe Felder. Also, ich dachte, da stand eben, da hat sich nichts getan. Ja, da kann man dann ja nur auf diese Weise nach oben. So, jetzt rechts. Rechts. Zur Notion hatte man das dritte. Nee, das bleibt drin, das ist so genial. Ja, da kann man nur runter. Toll. Hier, warte, geh nochmal nach rechts. Und entscheide noch einmal nach rechts. Ja? Ja. Hat ja viel. Oh, nee. Ja, dann. Nee, geh nochmal nach rechts jetzt wieder. Mal. Mal wieder. Das gute rechts. Ich muss irgendwie... Den gelben, den gelben muss man. Ja, du musst erstmal nochmal den anderen da. Den für gelben muss man. Den ganz unten musst du nehmen. Na. Ja. Ja, noch mal den Schalter drücken. Jetzt geht der gelbe runter. Genau, und dann musst du jetzt auf den gelben drauf kommen. Ja, dann kommt man rüber. Einfach, ja, hier nach rechts. Dann nochmal. Hier, nach oben. Ich fand's witzig. Ja, er findet's witzig. Nach rechts, nach rechts. Nee, das ist toll. Ja, ist es auch. Hui. Ja, so links links. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nichts, nichts. Nichts, links. Ah, da werden auch gelbe geändert. Genau. Ich hab dich auf den Überwachungskameras gesehen. Toll. Du hast ganz schön lange hierher gebraucht. Zum Glück hab ich die Zeit natürlich sinnvoll genutzt. Ich habe meinem Mauzi ein Kostüm geschneidert. Ich denke, es wird dir gefallen. Und ich. Ich hab's hier umgelaufen. Ja. Hat lange. Jawoll, ja. Ja, er konnte uns die ganze Zeit beobachten. Ha, 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 ha. Cosplay. Fedo Stalker. Ja, Cosplay haben wir auch. Ich. Naja. Okay. 102 EP haben wir. Geil. Und so. Und jetzt einfach nach oben gehen. Warte. Und drücken es auch jetzt gleich. Ja. Beim Ausweichen. Rot müssen wir noch umstellen. Noch einmal. Kommst du da irgendwie ran? Warte, ich schau jetzt mal über den Brückball an. Ja, der muss umgestellt werden. Tja. Naja, ich kann mal drücken damit. Genau, und jetzt den roten umstellen. Da rechts nochmal den. Wo? Wie komm ich denn bitte? Achso, ja da. Den da nochmal umstellen. Dann dürfte gelb nämlich, da wird nämlich gelb auch mit umgeschaltet und gelb ändert sich nicht, oder? Wird doch gelb mit umgeschaltet. Oh nein, oh nein. Hui, hui. So wird's nicht. Ja, wir kommen aber nochmal an den oberen Schall. Du musst wieder rechts. Ja, aber der ändert doch auch gelbe, oder? Ja, siehst du, oder? Ja, aber der gelbe ändert sich nicht. Ja, deswegen ja. Das dachte ich ja eigentlich, dass der das macht. Oh, geil, ey. Welche Änderungen? Beide ändern gelb. Der ändert noch blau und gelb, und der oben ändert rot und gelb. Und gelb müssen wir auf das untere ausrichten. Ja, und der ist rot. Ja. Nein, das war richtig so. Da sehe ich schon, ob der sich auch anders nachhalten hat. Ja, und jetzt, ähm, halt auf den gelben. Hui, hui. Achso. Upsa. Aber rot hat sich auch wieder... Boah, Quats, ey. Rot musst du auch nochmal machen, glaube ich. Ja, warte. Ich geh einfach mal hier hoch. Ja, das ist auch einfach mal nach links gehen. Einfach mal alle Felder ausprobieren. Haben sie schon. Ja. Oh, Mann. Scheiße, ich wollte eigentlich einen Schritt zur Seite gehen. Uh, mir wird schlecht. Alter. Alter. So. Wenn wir den jetzt umschalten, dann dürfte sich Geld nicht umschalten. Doch. Gelb schaltet sich da jetzt um. Warte, was sagt der? Verändert rote und gelbe? Ja, bitte. Das macht mich fertig. Mach mal nein. Okay, jetzt ist mal raus. Äh, hm. Ja, rechts. Na, wie bleibt. Äh, der. Doch, boah, die rote ist jetzt rechte. Ja, jetzt müssen wir nur Geld nochmal umstellen. Und dafür müssen wir irgendwie zu der mittleren Start nochmal hin. Da können wir blau und gelb umstellen. Ja, ja. Dann können wir gelb umstellen, dass wir da unten nehmen können. Oder gibt es da ganz rechts die Möglichkeit, irgendwie den rechten Oberen da zu nehmen. Warte, soll ich nochmal? Geh mal noch mal. Oh Mann, ich hätte das auch viel einfacher machen können. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, irgendwie kommen wir doch nicht. Wir hatten das vorhin eigentlich schon. Ja? Ja. Oh Mann. Ja, ist egal welchen wir jetzt nimmst. Yeah. Ja, wir müssen den blauen jetzt erstmal wieder umstellen. Ohhhh. Wie? Nö. Ach, dieses Rätsel war für mich nicht. Einen weiter daneben. Ja. Vor allem, ich merke mir auch nicht welchen Weg ich gerade genommen habe. Ja. Ja, eine Folge Rätselbaum. Einfach direkt nach oben. Der Gelbe hat sich irgendwie geändert. Ja. Das war noch Rot und Gelb. Die umgestellt wurden. Ja. Ja. Na gut, sie passt so dazu rein. Genau. Jetzt nach rechts. Nach links. Jetzt den hier wieder? Nach links. Achso. Aber dann kommen wir da doch immer mal hin. Ja, geh hoch. Rechts. Einen nach rechts. Nein, nicht die Schade. Ja, okay. Ich muss immer doppelt klicken. Geh mal nach oben den Weg. Ne, okay doch. Unten die Statue noch mal. Ne, die Statue noch mal. Ne, die Statue noch mal. Ja, die untere. Ja, die untere. Die untere Statue. Mach jetzt die untere. Ja. So. Da oben nach rechts auf das blaue. Jetzt hier? Ja. Darauf, genau. Und dann die Statue. Und dann haben wir rot. Und dann nach ganz oben. Und dann links. Alter. Geil, ey. Das Energiefeld wird deaktiviert. Achso. Cool. Jetzt kann ich hier immer durch. Weil ich es auch brauche. Tschuuu. Jetzt verspreche ich mal mit der Fragemaschine. Ganz klar. Das sagt genau dasselbe. Du, 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 du. Wir sagen nix. Na, die sagen, glaube ich, alle nix. Man muss immer mal gucken. Der Big Boss. Oh, guck mal wie in der Arena. Oh, zerschneider. Gut. Ähm. Jetzt verschillige Heile. Ja, ja. Ja. Immer das einen Drink. Einen Drink gegeben. Einen Whisky. Ja. Ich hatte mir schon gedacht, dass du kommst. Nennst du wohl die Pumpe und zurück. Was? Was kannst du dir aber abschminken? Weißt du was? Falls du mich unerwarteterweise besiegen sollst, verarsch ich dich ab. Wofür wir den Pumpe und zurück? Genauso wie es E. Von Professor Eich. Oh, ja. Schockert vorstand. Schitzengo. Oh, das ist sabbatig. Ich wette, sie hatte auch Sprung. Ne, level sie. Aber Schlitzer. Das ist nicht so das Schwach. Ne. Ja, Trank habe ich eh nicht. Einen haben wir noch. Aber da. Ja. Wir haben Sonderbombons. Ja. Kann da über. Geh nochmal auf Sonderbombons. Die Musik. Die Beschreibung. Ist das vom gleichen Macher wie das, was wir vorgetrieben haben? Ich glaube nicht, ne. Weil das ist die Musik, die auch beim Milch abgelaufen ist. Die Beschreibung. Ist ja auch eine Standard-Pokémon-Musik. Kann bei übermäßigen Verzehr. Oh, ja. Abführung. Das ist ja eine Standard-Musik von Pokémon. Ah. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, welcher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, von Feuerrot einfach mal. Das könnte noch sein. Repteien. Ja, Mann. Das habe ich auch nie gehört. Ich weiß auch nicht genau, von welchem Teil. Das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß aber, die müssen schon irgendwo. Ah. Ich mach einfach mal einen Rögel, weil ich es kann. Kritisch 18. Jawoll. Tja. Ich glaube, wir müssen sein für so weit das werden. Ah. Ist das ein Fies. Ja. Los, Rauppi. Rette den Tag. Rauppi, besiegt alle. Rauppi. Rauppi. Wenn man bei der Pupen-Liga ist. Ah. Alles klar. Oh. Oh. Das ist eh weg. Oh. Gegen daneben. Aber geil. Schade. Welche Beine von welches ist es jetzt? Guck mal, wie Rauppi ihn fertig macht, ey. Oh. Das war okay. Es könnte ja nicht sein, dass die Attacke daneben geht. Deswegen sind wir noch zu. Viele gingen bisher daneben. Ein Kapilow. Oh, Rauppi. Rauppi, los. Alter, wie Rauppi im Fernsehen wacht einfach nur, ey. Jetzt hier jetzt voll drei Wachen. Ah. Egal, wer will das denn sehen. Yigi, Yigi. Hoffentlich ist er jetzt schneller. Mach keinen Ruck-Zock-Heb. Aquaknare gegen Pflanzen-Pokémon. Klar. Okay. Du musst alles probieren. Nochmal heim. Ja klar. Ich mag den Obdachlosen. Ich zum Beispiel hab kein Zuhause. Weißt du, wo das ist hoch? Eine Gabelung weiter. Bam. Genau. Wofür könnten sie das eher brauchen? Evolution. Naja, wie gar nicht besser sein. Eidechsen-Schwänze. Evola. Geh nochmal darauf. Auf das Feldlohn. Wo man da landet. Cool. Das ist natürlich gut zu sehen. Alles klar. Da wir etwas geklärt haben, würd ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie lange nehmen wir Schnauch. Ich kann das nicht einschätzen. Speicher mal ab. Wir haben nicht so lange gespielt. Der Kampf geht noch. Machen wir den noch fertig. Dann war das nicht ne reine Rätselfolge. Zumindest. Das Kraftfeld ist sehr gewill. Da ist die Rätselmaschine. Bring so nen Zerschneider mal. Guck mal wer zerschneider werden kann. Ja, steht da rein. Oh, Scheggy. Oh, Scheggy. Offenbar niemand. Alles klar. Dann let's battle. S. 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 Ja, vielleicht wollen die es für S. Den Film. Das ist E eigentlich. Das ist E. Oder sie klauen noch ein zweites E. Dann können sie Seh mit Frauen. Schaden. Neun Schaden. Bäm. Die sind besser. Bäm. Wir hätten vielleicht doch immer ein paar Tränke noch holen sollen. Wir haben 3000. Wär mal so nen Plan gewesen. Kritisch ja 16. Toll zum Schluss ey. 144. Nice. Wie lange wird das? Du machst. Also wer war das überhaupt? Colin war das. Du machst. Oh, ich fühl mich. Schade zu machen. War eigentlich ne andere Stimme, aber egal. Nein, was nicht. Dann werde ich im grüne Bogen stampfen. Okay. Schade. Schambo Mauzi. Ne, Mauzi. 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 Also Mauzi ist echt ein richtiger Cosplayer. Ja. Jawoll, ja. Geil ey. Ey, sowas gab es auch mal ne Pokémon-Folge. Wollte ich grad sagen, das kam doch bestimmt in der Folge noch. Weil der Sandwirbel spam. Vielleicht gibt's daneben. Jawoll. Guck mal, dann sinkt die Genauigkeit noch weiter. Wuuu. Und das hat getroffen. Egal, der hat sich getroffen. Kommt. Kommt. Kann wir fahren schlossen und vielleicht langsamer machen. Yeah, los. Ja, bringen uns aber auch nicht lieber ruck zuck. Yeah. Ja. Yeah. Aber bei Patzer. Yeah. Genau. Bei Patzer. Ja, mach Schiggy-Arkwack-Knach und dann ist es weg. Guck mal. Bestimmt. Ja, Bogdor. 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 Oh, ist das. Das ist wirklich britisch. Wir helfen da. So oder so. Alles klar. Dann macht nochmal Escape, abspeichern und dann einmal gleich die F10-Taste drücken. Denn dann beende ich hier die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.